So, ich hoffe das hoch funktioniert wieder mal. Wir fahren ein bisschen TC und so mit mir dabei wie immer oder meistens Tante Asus und der Nico. Ich hoffe ja mal dass wir mal wieder eine Runde zacken können. Den seht ihr auch bei unserem Kanal, könnt ihr auch mal rübergucken, zu seinem Kanal. Jedenfalls zu seinem Kanal könnt ihr auch mal rübergucken, der zackt hier auf die Q2 und was steht denn der hier so rum? Ja vielleicht spielen wir mal wieder zusammen mit, da kommt bei weiten Kanälen ein bisschen was auf die Tagesordnung quasi. Mal sehen. Jetzt müssen wir erst mal hier ein bisschen TC verarmen. Was? Was? Träppt ihr euch da wieder oder was? Hab ich da um den Arsch? Nene, ich hab mich überholt. Die Frage ist nur wie? Fair oder unfair? Das ist hier die Frage. Ja. Fair ist auch fair. Er fährt Atmosphäre. Achso meinst du? Ja, ich bin mal kurz AFK. Jo, mach das. Nein, der ist AFK. Hör doch zu. Ja, ich gut nach dir. Ich komm schon wieder. Ist schon späte Stunde, ne? Wir denken alle immer, wir wollen gleich ins Bett. Ja, das denken wir auch. Dabei ist doch die Nacht so jung. Ja. Ja, also bis, keine Ahnung, 20 Minuten sowas. Bis gleich. Ja, ja. Lass dir Zeit, nimm genug Taschentücher mit. Bye. Oh mein Gott. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren hier. So. Also jetzt bin ich weg. Lass mir die gleich drehen. Uh. Jetzt hab ich echt voll runter gebremst, dass ich Niko nicht reinrausch. Ja, okay. Und Niko bumst mich hier an. So. Uh. Er hat schon gequallt, Mensch. Oh. Nee, ich hab die Kurve schon wieder nicht gecheckt. Machen wir mal die große Map wieder an. Nee, ich versuch's immer die große Map wieder an. Nee, ich versuch's immer die große Map wieder an. Aber ich vergesse es manchmal. Wobei in manchen Rennen ist es auch sinnvoll, die kleine zu haben. Oh. Ich seh das jetzt ziehen. Und Nasus. Komm mal Schnuckli, komm her. Ich krieg dich. Ich bin Seko reinfahren. Ja, das bringt doch nichts. Komm nicht. Ja, normalerweise ist es so, umso schneller du das Event abschließt, umso bessere Teile gibt's. Oh. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Achso. Die Platzierung ist egal. Also im Koop zumindest. Weil wir spielen ja eh Koop. Da ist die Platzierung egal. Aber umso besser du, also wenn einer von uns das Rennen in einer Minute abschließen würde, würden wir bessere Teile kriegen. Alle. Deswegen ist ja auch Koop. Eine Minute schaffe ich nie. Ach, das war ja auch übertrieben. So, ich muss mal wieder Teile vernichten hier. So. Alles vernichtet. Und was fahren wir jetzt? Auto. Fotoaufgabe? Nee. Ah, Fotoaufgabe? Nee. Nee, nicht ohne Schuhe. Nur in Kapp. Eheh. 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 Ich muss mal, nee, ich muss mal meinen kleinen, bin ich Minimum aber ob es sch... Auf, auf. Alexanderragtanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzxt Blut Das ist ja wie die anderen Dinger, erst auf Share und dann auf und dann auf und dann auf erst erst dann hochkämpfen. Eine Rücklichter sind Chorallen. Naja, die sind voll Chorallen. Wie Chorallen. Eine Choralle pro weg. Wie hast du es gezeigt? WOOOOO! Unruh! Hey, hier kommt noch knappe! Ach nee! Du musst schon rumlenken. Ja, ich bin gerade... ...gelenkt. Läuft ein schöner Film. Heimatfilme! Genau, Heimatfilme. Nee nee, hier mit... Wie hieß dann? Und Juli, Juli, nackt. Nein! Ah, wie hieß denn der jetzt? Da immer noch Rosinen gucken. Du musst doch wissen, was du anguckst. Das ist schon übel bei dir. Ah, ich kann da jetzt gehen, wie du es jetzt gucken darf. Nee, wenn der Film anfängt, weißt du doch, was es ist. Was? Das verstehe ich. Irgendwas mit einem Dreiber. Ich guck da nie so genau hin, du. Hauptsache es läuft irgendwas. Na, dann ist er gut. Bei mir läuft gerade Stand Up 3000. Wer ist das? Wer ist das? Äh, Nick. Beziehungsweise Comedy Center. Ah, jetzt habe ich es. Nikolas Cage hier. Äh, äh. Ist da. Nikolas Cage. Ist ein Film oder? Ich dachte, das ist ein Schauspieler. Naja, meine ich ja. Woher ist der Film? Jetzt kommt es. Ah, da steht schon wieder einer. Sinnlos, ne? Kann man nur Nico sein, oder? Ja. Ich gucke mal. Drive Angry. Drive Angry, ja. Ah, der Film ist so gut. Ah, der Film ist so gut. Ahem. 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 Drei Viertel Acht Ah ne, 3 Viertel Acht oder Halb Acht Denk ich war auch so, könnten mich alle mal kreuzweisen Ich wäre wieder für HQ Live Battle Was? Na das hier Mach das Darf nun, dass noch ein paar Spieler kommen, nicht? Ja, klar Community Jetzt muss ja bloß einer noch dazukommen und dann gehts halt los, nicht? Und dann geh ich nochmal Pipi machen Ach dies Und für alle die im Livestream zuschauen Oh, jetzt sind wir vier Spieler Ich bin trotzdem jetzt Baby machen Ja 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 so wie sie sucht das spieler wir sind doch zu viert dicken erlag ich noch mal in die krug ein ja du musst rausgehen ja ihr seid weder also ich bin bei euch ja du bist rausgeflogen dem crew leider vorschlagen genau jetzt nichts am nico aber du dich jetzt rein nimmt oder nicht ich bin grad nicht im pc ich bin grad in ich bin grad nicht in der nähe crew leider hat im vorschlag abgelehnt ja kann ich nicht doch kann ich schon ich gehe einfach aus der gruppe raus und lade euch beide ein so tante asus da was angekommen ich bin noch nicht ne gott abgelehnt komischerweise nichts an was ist denn das für eine scheiße schon wieder hier ich hab noch mal geschickt also es hat abgelehnt ich hab nix bekommen so alle neu starten oder was ja du hast bestimmt ip nico hat auch abgelehnt jetzt jetzt kommt wieder die meldung fehler auf die meldung starten oder auf die meldung starten oder Ich starte auch nochmal neu, falls das was helfen sollte. Ja Leute, nur noch Probleme hier, aktuell, wir starten einfach neu. Sorry für den etwas längeren Buch. So, what make a du play jetzt rum, warum, warum machst du das? Es sollte direkt starten. Apropos, wenn du das Spiel startet, ist das bei euch eigentlich auch so, dass der CPU die ganze Zeit auf 100% läuft? Das würde mich schon mal interessieren. Du könntest ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist, falls ihr das Spiel habt oder so auf PC. Weil beim Starten geht der CPU immer auf 100%, wo immer auch immer. Dann wieder auf 5, 6% und dann geht er hoch und macht irgendwas, was er will. So, Warnung vor dem Spielen, warum sehen wir hier noch nichts? Bis jetzt. Gut. So, Mädels. Spiel ist wieder am Starten. Wie weit seid ihr jetzt? Ich bin da auf der Straße, ich fahr. Auf der Straße? Ich bin da auf der Straße, ich fahr. Auf der Straße. Ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. So, guck. So Einladung ist raus Nico ist beigetreten, Asus noch nicht Nico hat die Crew verlassen Ich habe das Event verlassen, aber doch nicht die Crew Nein Du konntest nicht der Crew beitreten, hä? Ja, warum? Keine Ahnung Ich schicke ich erst mal dir in einladen So, wenn das jetzt mal angenommen ist Dann schicke ich an Ja, habe ich Mal naheinander machen, anscheinend Na? Hast du es gekriegt? Jo Okay, ich merke, wir müssen immer ein bisschen warten, anscheinend Na, Ding war mal noch stehen geblieben Fehlt ja noch einiges bei Street Race So, mal gucken Ob das auf Anhieb funktioniert Hier Ja, jawoll Und erst hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das gleich auf Anhieb geht Was? Ja, sonst muss man mal rausgehen und wieder reingehen Aber unten steht immer noch Lade Warum? Ist es gerade da? Achso, jetzt so Hä? Ich habe zum freien Fahren zurück Warum? So seid ihr denn bitte raus? Jetzt muss ich wieder verlassen, ey Ich weiß nicht, Nico ist jetzt im Boden Ich bin oben Ja, bei mir bist du halt im Boden Ich habe jetzt die Crew angeblich verlassen Hä? Ich habe doch auch nichts gemacht Ich habe die Zwangs-Trennung Ich habe keine Zwangs-Trennung Nein, fährt noch einer, das ist also So, Einladung nochmal So So Also sehe ich Gesundheit Danke Aber du standest doch auch gerade noch hier Nico Wo bist denn du jetzt? Ich stehe jetzt da vor diesem komischen Event Äh, zur Gruß Ja, ich sehe Äh, dein Name sehe ich Schau mal Also Also ihr seid jetzt im Boden Ja, ja Bleib einfach mal Wir sind auf dem falschen Server Also Asus und ich sind auf dem gleichen Server Und du nicht Nee, kann man die Groove lassen Warum? Aber ich habe gar nichts gemacht Ich stehe noch da Und mach nichts Ach, ich sehe mich nicht Schick nochmal Ah, ne, ihr spielt Das ist not a pack, das ist a Feature Oh, jetzt schneit's Bei mir nicht Ja, du bist doch auch auf einem anderen Server Jetzt, äh, da hier jetzt schneit's Ja Jetzt bist du auch bei uns auf dem Server Jetzt müssen wir dich bloß noch sehen Oh, ich bin schon wieder verlassen Diesmal geht ich schon noch schneller Ich habe das nicht gemacht Dann schau mal neu Oder hast du noch nicht Hast du noch gestartet schon? Oh, ich ne Wo wir eben nochmal das Spiel starten Und nochmal Und nochmal Ja Das kennen wir ja vom ersten Teil schon Diese Spielchen da Netzwerkspielchen Entwickler denken Wir haben auch nichts Besseres zu tun Ja, aber das ist doch Eigentlich für einen Entwickler, ne Wie Ubisoft und so Und, äh Ist das doch eigentlich Warte, was geht denn jetzt schon da? So was, wenn sie kriegen Ja, warte, mal kurz Geht's jetzt schon wieder Mein Uwe ist ein Bein Jetzt tut mein Scheiß Controller noch blinken Ja, Leute Wir beheben Also zumindest für die Zuschauer bei YouTube Da machen wir mal einen Cut Weil Sonst dauert es einfach viel zu lange Und sehen uns dann wieder Wenn es soweit ist Und das wieder alles funktioniert Vielleicht auf YouTube zumindest Und für alle Streaming Leute Wir können ja noch ein paar Filmchen gucken Ich hab da so eine Bibliothek da entdeckt Weißt du Kannst du die Filme alle so angucken noch Von Q2 Also du kannst es wieder nicht erwarten, ja Nee, nee Sonst Wird man noch wegkicken, oder? Ja Könnt sein Genau Für alle YouTuber Ciao bis zur nächsten Folge Tschüss